And you say, I will be the one to let this go! Ohlala, ja. Puh, die Höhlentour, also die Dungeon-Tour war ja doch, haben wir doch durchgezogen. Eigentlich wollte ich nur den Boss besiegen und dann eine Aufnahmepause machen, aber naja gut. So, jetzt ist mir egal. Ja, jetzt muss ich mich halt ein bisschen konzentrieren, dass ich hier rüberkomme. Ja, jetzt bleiben wir fern. Ja. 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 Puh, sobald wir zu Hause sind, mache ich Aufnahmestopp. Weil wir haben noch ein Item und das ist hier ein Mülleimer. Das nutze ich immer als letzte Möglichkeit in einem Fach. So. Das ist immer toll, wenn man halt die Items hier als, also wegwerfen kann, aber halt das letzte Item, was man weggeworfen hat, noch immer aktiv ist, bis man sich auslockt. Das finde ich gut, also da hat man noch einen kleinen Spielraum, falls man jetzt ein Item zu viel hat, was man unbedingt mitnehmen will, kann man das immer noch machen. So weiß man dann, aha, jetzt muss ich sofort los. Das ist immer das Gute dran. Ja. Wir müssten gleich da sein. Das ist noch ein kleiner weiter Weg, noch hier die Wüste überqueren. Und dann müssten wir schon fast da sein. Den halben Berg dann noch überqueren, da haben wir noch einen kleinen Fluss. Tja. Puh. Ich bin schon auf den schnellsten Gang hier. So. Dann ist der kleine Fluss, der kleine See. So. Und ab nach oben. Oh. Wie. Oh. Oh. So. Und runter. Und. Und. Springen. Und. Jump'n'Run hier. Besser als Minecraft Jump'n'Runs. Geh mir nicht auf den Senkel, du. So. Jetzt kommen wir an der Stelle dahin, wo wir das, den allerersten Boss besiegt haben. Zweimal. Mittlerweile dreimal. Wir kamen ja, äh, ich tue gleich mal den ganzen Blut hier. Da haben wir den Arm-Dealer. So. Gut. Also, was haben wir bekommen? Wir haben Bücherregale bekommen. Wir haben eine neue Statue. Die haben wir aber schon. Wir haben Spawn. Wir haben dreimal können wir dieses Auge spawnen lassen. So. Kämpfer. Ja. Hätten wir gar nicht gebraucht. So. Dann haben wir zwei, drei große neue Diller. Wir haben zwei goldene Kies. Für später denn noch. Äh, es wird Tag sogar. Sehr gut. Wir haben das, Mare Musa. Das ist sehr schnell. Aber das brauche ich für was anderes noch. Äh, für was werden wir halt später noch erfahren. Und halt der Bone Wand. Der Bone Wand ist sozusagen, damit kann man diese Knochen in, äh, sozusagen Knochenblöcke verwandeln. Das ist das Gute. Deswegen habe ich mir die Knochen mitgenommen, alle. Das ist mir heute auch so ein Bone-Stuff. Äh, Bone Wand. So. Ich gucke mal kurz. Das hier. Der Magic mir sein. Kann man halten. Gedrückt halten. Und dann kann man sich halt. Boah. Das ist das Gute an dem. Do. Gottlie. Oh, der ist sehr gut. Ja. Kann man ein bisschen Wasser sprühen. Guck mal. Ich muss pinkeln. So. Das ist halt zu dem hier. Den hat man früher immer vor der 1.2. Hat man den immer für unter der Erde halt benutzt, um halt durch die Wände kurz, also einen kleinen, kleinen Fenster, einen kleinen Rahmen zu gucken, ob was unter der Erde ist, ob da ein paar bestimmte Erste sind, ob da eine neue Höhle ist oder, oder, oder. Also hier hat man da oft sehr genutzt. So. Neues Bett. Das nehmen wir auch gleich an. Klub. 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 So. Äh. Klub. Spawn. Punkt gesetzt. So. Haben wir neues Bett. Dann. Packen wir die. Ne. Komm eigentlich bei den Dekos hin. Dann. Pack ich erstmal hier mit rein. Die ganzen Dekosachen. Kann ich jetzt nicht anders machen. So. Kommt sowieso. Quick Stack. So. Nix. Dann das hier rein. Die Robes hundertprozentig rein. Ah ne. Die kommen bei Baumaterialien rein. Ich mach mal hier kurz. Ja. Mach ich das hier auch erstmal bei Baumaterialien rein. Genauso wie das. Eieieiei. So. Müsst du eigentlich erstmal einen Großteil haben. Das hatte ich gesagt. Das Kobachschild ist immun gegen Knockback. Das können wir später mit einem Obsidian Schädel. Äh. Also mit einem Obsidian Kopf. Kann man das halt äh verbessern. Um halt äh ein Obsidien Schild zu bekommen. Und damit können wir dann auf äh Feuerblöcke laufen. Wie Kometen. Und äh. Höllensteine. So. Das wärs dazu. Dann packe ich jetzt mal die ganzen Tränke weg. Neidöl. Da haben wir die nochmal. Hat sich ja eigentlich richtig gelohnt. Wir haben hier noch ein paar Candles. Ja. Die Clothier Puppe. Äh. Damit können wir den Skeleton, den wir besiegt haben. Den Boss. Wir haben sogar Dynamit jetzt. Tja. Also wir haben hier jede Menge gesammelt. Muss man mal sagen. Quick Stack. Quick Stack. Nix. Quick Stack. Ja gut. Dann würde ich sagen. Ich ziehe überhaupt schon ein bisschen wieder überzogen. Deswegen sage ich jetzt. Wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr mir wie immer gerne eine Bewertung da lassen. Und ja. Für alle Nicht-Abonnenten. Wenn euch gefallen hat. Wenn das euch gefallen hat. Ihr seht. Ich bin schon wieder müde. Und ja. Wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr mir gerne mit einem Abo damit weiterhelfen. damit würdet ihr mir auch weiterhelfen dass ich auch angesehener werde beziehungsweise so wird mein kanal auch ein bisschen besser dargestellt weil meine jeder weiß abos zählen heutzutage irgendwo überall obwohl eigentlich abos nicht gerade das wichtige sind sondern halt das was man macht aber naja viele sind auf den standpunkt so ich kann man es ganz nicht ändern na gut nichtsdestotrotz sage ich erst mal schön und halt nicht vergessen die kommentare zu schreiben wie er halt diesen sturm und diesen organ server zähler keine ahnung selber überlebt habt und ja ihr könnt ihr noch dazu schreiben was habt ihr schon eigentlich für alle literarier spieler was habt ihr eigentlich mal so für anfänge mal gehabt also beziehungsweise ihr habt angefangen das spiel und was war für euch erstmal am schwersten das wäre vielleicht noch mal interessant zu wissen von euch ansonsten würde ich erst mal sagen war es das jetzt von mir endgültig ich tue schon wieder immer zu lange labern ist das doof oder nicht kann ja auch mal reinschreiben ansonsten sage ich jetzt mal schüss und bis zum nächsten mal dann schau schau moin moin liebe leutchen herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme von terraria und diesmal bin ich wirklich krank also ich habe wirklich hammerdraising geschnuppen also nicht wundern wenn das eine oder das andere kommt ich kann das ehrlich gesagt jetzt momentan nicht unterbinden weil ich habe ich bin so am arsch das glaubt ihr mir gar nicht nächstes trotz werde ich trotzdem aufnehmen ich werde ich werde euch das jetzt hier nicht voren halten ich werde hier auch keine pause machen und ja gut ich habe mir für diese aufnahme ein bisschen was lager bauen wird dass wir unsere kisten hier gut einladen können das wird dann ungefähr hier passieren und ich werde auch für npcs noch ein bisschen was neues bauen so dass wir hier unten noch was haben also ich werde noch zwei weitere häuser bauen wenn es scharfer ich werde jetzt erstmal das lager bauen und dann ja gut also wie gesagt ich habe jetzt erst mal bisschen schnuppen deswegen tue ich ein bisschen was ruhigeres angehen und ja gibt es sonst noch was zu erzählen eigentlich nicht ja letzte aufnahme waren wir habe ich ein bisschen die kisten aufgeräumt und ja da haben wir also sozusagen alles aus dem dschungel beziehungsweise erst mal eingeordnet und jetzt wollen wir denn also wir waren der letzten aufnahme waren wir dann noch im dungeon gewesen und haben den dungeon guardian an die dann schon gerade besiegt so nennt sich der endboss dungeon guardian ist ja ein etwas härteres vieh das habt ihr ja gesehen oder hat jetzt schon gezeigt auf jeden fall der macht ordentlich viel damage und das ist einfach der kopf des skelettrons sozusagen eine kopie und die macht ordentlich viel damage ja perfekt so nichtsdestotrotz fangen wir mal an und zwar ich habe mir so gedacht dass ich hier das hin baue also hier darunter wo diese kleine bude ist hier kommt er dann später das haus hin von uns dann da können die ganzen npcs bleiben wo sie sind muss hier oben blöd die ganze komplette crafting station ich werde nicht mehr weiter hier nach oben bauen aber das ist jetzt erstmal hier für uns normal erst mal als kleine bude gedacht die wird dann später ausgebaut hinten denn die ganzen crafting station werden so bleiben die kommen wenn dann halt hier drüben noch verbreitet so dass das hier auch einheitlich stimmt mit den gängeln und worauf kommt er wahrscheinlich noch was anderes schönes mal sehen aber so weit sind war ja noch nicht so müssen eigentlich der ach der erste unten unser partikel bambi ist da ist einer der schwersten npcs die man bekommen kann weil die nur je nachdem also es müssen sieben npcs dabei sein und die hat eine chance zwei prozent dass es band so wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen zeug das heißt ich werde vorher was anderes machen und zwar ich werde erst mal alles entrumpeln hier wartet mal ganz kurz ich werde jetzt erstmal ein bisschen tun sortieren was wir brauchen was wir nicht brauchen und ja ich kann ich kann das nicht anders machen jetzt also wenn das stört mit dem schlauen bitte mal drüber hinweg sehen ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht ändern weil ansonsten habt ihr eine habt ihr keine folge diesmal und dann seid ihr auch wieder am arsch weil es halt keine folgen gibt ich bin dann wieder der böse deswegen werde ich euch da nichts voranhalten gut die werden wir da hinpacken die augen können wir später noch nutzen so eine schildstatur weg damit so das bett können wir erstmal hierhin packen dass das die schlüssel packe ich erstmal mit hier oben hin das kommt drüber zu trinken das dahin dynamit haben wir ja auch noch so nur als das hier wird behalten soll dass hier das gottly ding hatten das eigentlich sieben magie damit dafür dass wir noch viel besser das göttliche ne klasse magic missile das ist natürlich genial kann man übelst den geilen parkour machen oder sowas so hier haben wir noch mal den ball der leute also alle dinge leuchten hier die wir aus den landschen haben auch hier das schwert aber das leuchtet nicht gerade so krass das ist nicht gerade und hier hat das werden wir uns noch später nutzen müssen und zwar das ist ein kobach schild damit sind wir immun gegen knockback das heißt wenn uns ein gegen angreift werden wir nicht nach hinten geschleudert oder je nachdem wo es uns angreift und das schild kann man zu einem obsidian kobalt schild oder ne obsidian schild heißt das nur kann man es machen und dann sind wir auch immun gegen feuerblöcke also das heißt wenn jetzt den feuerblock ist würde ich drauf treten würde ich schaden bekommen und mit dem ob sie den schild was wir dann machen werden würde ich keinen einzigen schaden davon tragen so das erstmal zudem der bau und den werde ich gleich noch nutzen das hier wird verkauft ich habe noch das nehmen wir noch mit da werde ich noch was anderes machen müssen habe ich noch was anderes nimmt vor so das bild das große bild können wir in die hof hängen aber wo ist nirgendwo platz so ärzte hier haben wir noch ein bild so zu verkaufen haben wir hier erstmal nix sehe ich gerade gut dann war es das schon dann lege ich mal hier das hier mit rein die lasse ich mal da und dann werde ich mal schnell den bohnen und nutzen dann hätte ihn nutze ich danach ich jetzt erstmal verkaufen shop und verkaufen werde na no way doch na klasse dafür tut man den sonst wie lange farben so bambi wir können jetzt hier so ein bubble band holen der tut halt nur seifenblasen machen konfetti können wir uns kaufen smoke bomb konfetti gun die gönne ich mir mal ganz kurz und hier so eine bubble machine die kaufe ich mir natürlich ist ein kleiner sieht genial aus sieht auch gut aus draußen so hingepackt jetzt haben wir seifenblasen sehr gut ich finde das genial ich finde es niedlich und wenn man jetzt sagen wir raus gegen springen platzen die blub 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 bin ich immer wieder gerne mit konfetti gar boff wenn man davon äh einen kompletten stack hat und den den verfeuert dann wird das ein schönes feuerwerk und eine schöne sauerei so das hier werden wir wahrscheinlich also hier das let's play reich von japan community von euch halt ihr könnt wenn ihr jetzt sagen wir mitspielen wollt müsst ihr halt einen charakter haben der auf dem gleichen level ist oder halt einen charakter haben der jetzt sagen wir mit bauhilfe machen will ihr könnt ihr gerne machen ich tue ich auch in diesem in diese welt verewigen und ja nichtsdestotrotz ihr könnt euch gerne dafür bewerben und sonst gibt es eigentlich nichts zu erzählen also ihr könnt gerne und wenn ihr halt mitspielen wollt beziehungsweise bosse besiegen ihr müssten charakter haben der genau wie meinen entspricht also so ungefähr gleichen herzen also es könnte jetzt schon 400 sein komplettes mana jetzt darf aber keine überrüstung sein ich habe jetzt noch kein kobalt haben ich habe jetzt momentan die beste rüstung die es gibt die wir kriegen könnten na gut es gibt noch eine bessere aber da müssen wir ja gar in zwei treu da oh meine schnuppen ist irgendwie genial so äh ich komme zu nichts gerade äh wir haben das 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 jetzt muss ich nach unten bauen da brauche ich ropes robs 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 da die brauchen wir das machen wir später und dann brauchen wir plattformen ich weiß nicht ob die da halten ich versuche es dann einfach mal ansonsten blöcke äh ne blöcke mache ich dann mit dem bodenbund ich brauche noch wende wende sind ganz wichtig grey brick hm hmm soll ja nicht so toll sein okay dann nehme ich mir die wende mit sandstone war auch noch mal ne idee botston brickwall oder das das ist so wenig wäre nichts oder die lizard brick walls mal sehen wir gucken uns das erst mal daran weg ich finde das genial wie die hasen mal weg glauben so ich würde sagen dass hier oben wird ja wird auch zugemacht dann grabe ich mich erst mal hier runter und daher hier npcs in der nähe so ihr werdet sicherlich gemerkt haben warum hier keine monster mehr spawnen das hat einen einfachen grund es sind hier zu viele npcs also es ist zu sehr bewohnbar also es ist zu sehr bewohnbar deswegen kommen auch keine monster her außer wenn ihr zeit mal ein boss ist oder so oder außer wenn blood moon ist oder was weiß ich so like clips oder goblin armee je nachdem dann kommen monster her weil es ein event ist sozusagen was die ganze welt von auf der wir gerade spielen betrifft also es kann egal wo wie viel npcs sein also sind es kann jetzt mal endet wegen hoch sagen wir mal hier hier ist ein ganzes dorf haben wir ein ganzes dorf errichtet wo die ganze npcs rum wirtschaften also würde ich hier nichts bauen aber wenn jetzt sagen wir blatt nun ist würde ich hier auch was born und ja wenn die jetzt hier alle weg werden würde ich ja auch zombie und alles kommen und schreiben je nachdem wann tag oder nacht ist und ja gut ihr werdet sicherlich nicht sehen wo ich gerade rum hacke so ach ja ich habe jetzt auch eine weile mit terraria ausgesetzt in meinem normalen let's play also let's play ja die kreis der schlucken die krankheit die macht mir hier wirklich zu schaffen ihr werdet sich nicht merken weg da mein mein bunker nichtsdestotrotz ich habe mit terraria ein bisschen pause gemacht weil ja ich bin ein bisschen frustriert weil ich da mit dem mit dem banner sammeln nicht weiter vorankomme ist ein bisschen aber naja aber mittlerweile gibt es ja ein neues spiel von den machen von terraria bzw von dem designer von terraria er hat das spiel starbond kreiert und ja also ich muss sagen starbond ist gegenüber terraria eine schöne geniale gelungene abwechslung also respekt an diejenigen die es gemacht haben ich finde starbond vereint einfach dass das was man in terraria eigentlich immer vermisst und zwar die unendlichkeit also in terraria wollte man es ja immer machen dass man unendliche welten hat und das konnte man nie machen weil zeit immer eine begrenzung gab weil sie halt dieses meer haben hier hinten und das meer hört irgendwo auf das heißt man könnte sich das jetzt vorstellen dass als kugel zusammenbinden hier also wenn man jetzt hier lang laufen würde kommt man hier wieder raus das wäre vielleicht eine kleine neuerung das könnte man vielleicht machen dass man da irgendwie was machen könnte da ist noch unsere mechanikerin ansonsten sehe ich schwarz also es ist ja momentan noch in planung terraria zwei wenn möglich werde ich das auch let's play und ansonsten muss ich sagen terraria zwei bis jetzt so noch ein dorn im auge was wo ich sagen muss wird das was wird das nix das ist momentan noch zwiespaltig und ja ich bin da noch ein bisschen skeptisch was was wir daraus machen wollen also soll es nicht heißen das ist ein neues spiel neue version sieht ja wird ja bestimmt scheiße werden oder so nein ich freue mich immer riesig auf neue spiele auf neue version weil man da ich oder eine riesengroße fette blase weil ich freue mich freue mich immer riesig wenn ein neues update rauskommt und oder wenn es neuerungen gibt oder neue spiel von irgendwelchen machen wie zum beispiel bei terraria oder was ich auch sehr sehr feier ist von daedalic die adventure spiele wie deponia was ich auch jetzt play habe ist neue augen etna bricht aus denn memoria haben wir auch gemacht also es gibt viele spiele die ich da sehr sehr feiere eigentlich sozusagen alle spiele und ja was ich gerne gerne mal würde zwar poky treffen das ist noch so ein kleiner ja halber kindheitstraum weil ich finde poky ist so ich würde ich würde zu gern mal wissen wie er auf sowas gekommen ist überhaupt solche adventures zu programmieren erstmal richtig hinstellen wie solche adventures zu produzieren mit solchen humorvollen ausgang sozusagen kann man sagen also ich finde das genial also wenn ich da mal die möglichkeit habe werde ich die auch hundertprozentig wahrnehmen also ist wieder ins runter na gut also da werde ich mir kein kein zwang dahinter setzen und sagen na gut wenn er mich jetzt kann also wenn er mich jetzt beziehungsweise wenn ich ihn sprechen kann dann werde ich das auch wahrnehmen egal was jetzt momentan los ist außer das ist jetzt so wichtig dass ich jetzt wirklich absagen muss aber ansonsten würde ich das hundertprozentig wahrnehmen und ja wie viele ja wissen ist er kommt mit der delic sehr sehr groß geworden eigentlich beziehungsweise er hat ja auch eine eigene synchronstimme bei deponia der guten war das schau ich tue mal kurz noch mal nase sturm wieder da so wie gesagt krank hat er eine eigene synchro stimme da und ich finde eigentlich genial die das konnte halt so ein ansehen hat ich bin jetzt nicht einer der sagt ja kommen der kriegt immer alles und die anderen müssen immer zu sehen nein ich kenne das dem krank weil ganz ehrlich er hat sich verdient er hat was aufgebaut wovon anderen nur träumen wovon andere nur sagen kann ich auch und so aber besser bekommt das nicht hin ich hingegen muss ehrlich sagen ich bin sozusagen wenn ich bei krank mitmachen könnte bei einem let's play also ich würde das wahrnehmen weil wann kriegt man so eine chance aber das wird nie passieren weil erstens braucht man dafür den kontakt zweitens muss man da auch ziemlich ziemlich viel mit zusammenarbeiten und ja jetzt probiere ich mal kurz was so wie gesagt da muss man halt ziemlich viel arbeiten hoch jetzt hat es geleckt und ja wenn ich jetzt sagen wir mal bei play play messers oder so arbeiten würde dann wäre es ja kein thema das kommt da irgendwas in denen hat dass man da vielleicht mit dem reden könnte aber ansonsten würde das ja eigentlich nicht gehen wenn man es so nimmt bitte bitte gehe also ich weiß es jetzt wurde nicht ob es geht ja es geht sehr gut dann machen wir jetzt kommt nämlich der hammer schön hier runter arbeiten ist jetzt wieder eine blöde arbeit aber was soll's aber wie gesagt also wenn ich wenn ich mal so eine chance haben sollte auch mit kleineren youtuber also ist jetzt nicht dass ich jetzt hier nur auf die großen abfahrer oder so nein ich würde auch mit kleineren youtuber was machen wollen jetzt sagen wo es 50 abonnenten haben oder so würde ich schon gerne was machen das muss halt aber ein projekt sein wo ich auch mitspielen würde beziehungsweise was mich auch interessieren würde es gibt ja spiele wo man sagt ja multiplayer ist super aber dann aus eigener initiative naja ist nicht gerade mein spiel ne könnte man das ja manchmal sehen weil es ja bei den meisten dingen muss ich ehrlich sagen ist wenn ich meine let's play es gucke auch von kleineren youtuber das ist immer so notgedrungen als wenn man es machen muss wo ist denn da der spaß sage ich mal so ich tue meine let's play es mit spaß aufnehmen klar gibt es die ein oder andere aufnehmen aber es macht immer wieder spaß aufzunehmen beim aufnehmen einfach mal quatschen das ja ich sag mal so das kann man nicht jeden tag machen und ich habe ja wirklich jeden tag eine folge raus von jedem let's play was ich mache also momentan das noch vier projekte evo land ist ja vorbei für die die sätze halt evo land noch nicht verfolgt haben ihr könnt es gerne nachschauen ich habe es hundertprozentig durchgespielt auch wenn da eine kleine spoiler hilfe mit drin aber ich habe es hundertprozentig durchgespielt und ich könnte gerne mal reinschauen